Hallo meine kleinen Wunderheit! Willkommen zurück zu Gladius DLC! Ach Scheiße! Oh mein Gott, wie sehr wünschte ich, Gladius würde auch im Hauptspiel so extrem gegen ne Gruppe Monster antreten. Sorry, Quar. Ich glaube, ich hatte dich gerade getroffen aus Versehen. Das war nicht meine Absicht. Diese blauen Flammen sind echt interessant. Die sehen aus wie im Game of Thrones im Spiel. Wer spricht eigentlich geradezu? Ist das der Blademaster? Wenn ja, dann hat der Mann echt nicht viel zu tun, ne? Dass er uns beobachten kann. Wir beide sahen gerade blond aus. Komisches Licht. Stopp! Kras! Ist der Weg zu ihm schon die Prüfung? Oder kommen noch richtige Prüfungen? Oh, Mann! Kleinen Moment. Ich bin gleich bei dir, Skeleton. Ich muss erst die hier töten. Cool. Okay. Keine Box, die hier drin ist, wird überleben. Keine einzige. Zumindest keine, die ich als unwürdig achte. Oh Mann! Also um eins hatten die Kommentare auf jeden Fall recht. Dass das sehr nach Farben geht, die Story hier. Man kann nirgendwo hoch. Man kann nirgendwo hin, man kann nirgendwo weiter. Einfach nur geradeaus und das war's. Ich bin echt glücklich, dass sie das richtige Spiel nicht so gestaltet haben. Und dass da eben eine offene Welt ist. Ah, okay. Das sind also die richtigen Prüfungen. Ich dachte schon. Das kann doch nicht nur der Weg dahin sein. Cool. Bye, Kor. Bye, Kor. Bye, Kor. Bye, Kor. Oh, okay, also das kann ich für immer mit Schild hochhalten, ich verstehe. Oh, okay, also das. 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 Tada! Oh, okay, also das. Okay, cool. Okay. 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 Interessant. Das ist wirklich so ein Buddy Buddy Session im Moment, die wir haben, ne? Das ist total süß. Okay, ich sehe euch da beim nächsten Part. Passt auf euch auf. Und bis dann.